Zomarkieren Ruf ich den Bahn 2844 zwischen Pascal und Räipzig und Niklas und den Kaufhagen. Auf Nummer 4 sind der Lukas Kalöbner aus Seipzig und der Alkaz Martina euch aufgerufen. Ich schiebe den Kampffraude 14 auf, Frau Vier. Ich schiebe den Kampffraude 14 auf, Frau Vier. Ich schiebe den Kampffraude 14 auf, Frau Vier. Wir müssen jetzt los. Ich schiebe den Kampffraude 14 zwischen Windräuer aus Vier und Marka Kinov Gresen-Witteln. Jetzt liegen wir aus 01 und den Platz der Windräuer aus der Leitung von Marka Kinov. Hallo, wir sind los! Ich schiebe den Kampffraude 14 auf, Frau Vier. Okay, den Kampf auf Fraude 14 auf. Sie sind es entschieden, hat sich viel zu verhindern. Trotz der Fraude 14 hat sich ein Uppel. Dann traut sich der Ausfall das Bergeband-Kampf. Das sind die Nächste. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb.